Also, kommen wir mal zu dieser mobilen Leseeinheit, die ich gerade mal präsentieren möchte. Für Messeeinsatz- oder Eventveranstaltungen ideal geeignet, um den Kunden durch ein personifiziertes Werbegeschenk dauerhaft möglicherweise binden zu können. Die meisten Werbeartikel werden mit Firmenlogos gebrandet und werden dann entsprechend verteilt. Und wie der Werdegang von einem Werbeartikel langfristig sein wird, lässt sich dadurch natürlich nicht nachvollziehen. Hier, mit dieser mobilen Einheit, können Sie einen Werbeartikel bei Ihrem Werbe mit dem Händler beziehen, den Sie entsprechend im Vorlauf branden, mit der Firmenlogos. Und dann beim Messeeinsatz selbst, wo Sie die Auswahl treffen, wer entsprechend den Werbeartikel bekommt, mit Personalisierung eine dauerhafte Bindung erstellen kann. Das heißt, das Firmenlogo von Kunden mit dem Namen auf dem Artikel bedeutet zwangsläufig, dieser Artikel ist nicht nur übertragbar auf andere Leute und somit, dass ein guter Artikel ist auch bauerhaft einsetzbar. Ich will das gerade mal demonstrieren. Wir haben hier beispielsweise ein Visitenkartenentwick, welches dezent auf der Rückseite gebrandet wurde. Bei vollständigen Metallartikeln macht man das so, dass man auf der Innenseite möglicherweise das Branding vornimmt, damit der Artikel auch auf den ersten Blick nicht wie ein Werbeartikel wirkt. So. Dann kommt der Kunde auf den Messestand. In der Regel tauscht man eine Visitenkarte dann auch gegen einen Werbeartikel, weil sonst habe ich ja auch irgendwo nichts mehr in der Hand. Das heißt, als Publikumsmagnet, dadurch, dass wir eben Artikel verteilen können, werden hier sehr, sehr viele Artikel am Tag, so circa 500 bis 300 Stück, individualisiert. Wir haben hier eine Teilaufnahme konzentriert, damit wir den Artikel genau platzieren können. Hier oben sitzt die Laserlampe, beziehungsweise der Laserstrahl, der über zwei Spiegeloptiken abgelenkt wird. Über die Software geben wir den Namen der Person ein. In dem Fall den Herrn Noll, der hat einen Vornamen. Ja, Thomas. Ja, Thomas Noll. Das klicken wir jetzt ein. Der Kunde schaut auch in der Regel nochmal auf den Bildschirm, ob alles passt. Jawohl, da steht der Name drauf. Alles gut? Okay. So, dann schauen Sie bitte mal hier in die Mikrowelle rein. Und bei drei geht's los. Eins, zwei, drei. Die Laserzeit hat jetzt hier in etwa fünf Sekunden betragen. Der Titel wird jetzt nochmal entgereinigt. Die Travur ist jetzt hier in dem Fall im Oberflächenbereich, in der Galvanisierung oder in der Satinit-Oberfläche. Wir gehen in der Regel nicht ins Material rein, damit dauerhaft auch gegen Rost sozusagen eine Gewährleistung ist. Super. Das Einpacken der heutigen. Bis zum nächsten Mal.